Ich bin der Sohn vom Krasnenschlag. Ich bin der Sohn vom Krasnenschlag. Hier geht es so einer Abgerade, ich glaub's gar nicht. Ich hab ein Problem, habe ich gesagt, ein Problem, nachdem ihr alle nicht frei, können sie es dann ziemlich bewiesen, ich bin sicher, sie sind gut. Jawohl! 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 Jawohl!